Wir versprochen jetzt einen Blick von oben, aber nachdem hier eine S-Bahn kommt, steige ich gleich mal ein und wir schauen uns das während der Fahrt an. Das kann man aus und auf der Website zu melden. Okay. 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 Also deutlich war die Armierung zu sehen und wir beobachten jetzt einfach nochmal die westliche Baustrasse. Ja, das werde ich nochmal hier nicht ausschauen. Ich weiß nicht, ich bin ja erst mal im Urlaub, vielleicht war nichts, aber dann gehen wir. Und dazu schenkst du einen zweiten Halb. Das reicht. Das schenkst du einen zweiten Halb. Das schenkst du einen zweiten Halb. Bei Elsa, die die Ecke steht nicht. Ja. Jetzt ist er wieder rein. In Das schenkst du jetzt, geht auch um ein Neuer, das ist das, was ich schon kennengelernt habe. Ist es eigentlich oder? Was ist das? Nächster Alt-Hauptbahnhof, Ausstieg in Vorträchtigung... Aber hier ist da jemand. Next, Main Station. Tolls were open only there. Okay, ich sag die Mitte. Oh je, oh je. Hier, bestell dir mal deine Kollegin zur Seite. Ich fühl dich jetzt hier doch so großartig. Wo kommst der jetzt? Der kommt aus Morin. Kommst er? Schau, aber das ist ein schlechtes Blink. Das hab ich vorhin gerade fährt. Dann gibst du schon und tschau.